ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wir haben die Kontrolle über eine Eisenmine verloren. Gebäude-Argrade abgeschlossen. Befestigung bereit. Bunker hier! Wenn die Grenadieren auf uns zählen, ist er sie ab. Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Pioniere bereit für Befehle. Wir geben uns zu den... Wir sind zwar andere Unterkünfte gewohnt, aber gut. Reserve-Truppen eingetroffen. So. Beleg den Feind zu verschätzen. Feindliche Einheit ausgemacht. Wir haben die Grenadiere, melden sich zum Dienst. Zahne, wird das jetzt zurückflogen? Okay. Ich muss Ihnen Respekt zollen. Es erfordert eine Menge Mut, gegen uns zu kämpfen. Jetzt schon? What the fuck? Wir verlieben die Schäden. Diese Panzer holt nicht nur für mich. Reserve-Truppen angekuckt. Einer unserer Truppen ist gefahren. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Ich werde die Feindes-Sechs in die Stücke. Ich werde die Kaufer-Truppen angekuckt. Bereit. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Wir sind stets bereit. Wir sind aktionsfähig. Wir sind für die Kaufer-Truppen. So. Wenn wir dann Kaufer-Truppe setzen. Pioniere bereit für die Arbeit. Alles wieder in Ordnung. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Verteidigungspost schlussend im Versteckspiel. Neue Waffenbrüder schließen sich den Kampf an. Wir werden sie von hier drinnen aufhalten. So. Nimm es aufs Grund. Zack. Wir werden bald weiter in der Truppe aussehe, eine Partei-Einheit. Zack. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Oder nicht. Die kräften hier direkt an. Wir gehen aber nach unten. Brunhilde und ich rücken aus. Das muss sein. Wir müssen das erstes hier runtergehen. Wir müssen schauen, dass wir das hier oben ein bisschen verkräftigen. Wir kommen hier durch. Das ist ganz gut. So. Feindliche Einheit ausgemacht. Der Feind nimmt unsere Befestigung in ins Visiv. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Unser Zugang zum Imperialen Arsenal wurde erweitert. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Unser Zugang zum Imperialen Arsenal wurde erweitert. Werkstatt hier. Schwerer MacKaiser wird beschafft. So. In diesem Gebiet sind etliche Feinde. Wir sind für die Feinden im unteren Befestigung in ins Visiv. Feindliche Einheit ausgemacht. Gebt den Schwerer und schafft den Müll. Auf uns wartet noch Arbeit. Feind gesichtet. Wir beheben die Schäden. Wir werden beschossen. So. Wir warten auf Anweisungen. Feindliche Einheit ausgemacht. Diese Krim unter Beschweifung. Ich helfe für Sachsen. Ich helfe für Ingenieurs-Gruelste. Der Feind nimmt unsere Befestigung in ins Visiv. Wir regieren die Schwerer. Der Beschuss. Einzelhand einsatzbereit. Bitte, 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 bitte. Feind gesichtet. Feindbeschuss. Gut abgelenkt. Passt. Imperialis Eisen steht bei. Einer unserer Trupps ist gefallen. Einer unserer Trupps ist gefallen. Einer unserer Trupps ist gefallen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Feindkontakt. Da drinnen können wir uns verschanzen. Ein Gegner hier. Imperiale Börserbesatzung wartet auf Anweisungen. Im Krieg. Wir haben keine Ansatzberechtigung. So. Brauchen Sie eine Panzer-Einheit? Wotan Kampfmeck wird bereitgestellt. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Unser Feind besucht. Gegner in Sicht. Bewegung, Mädchen. Müsst du schallt, dass wir uns die Rundungswischer wie möglich rausschalten. Das ist scheißegal wie. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Roten. Gebt's einem... Wir können alles reparieren. Schwer, mächtig, älter, schluss. Und der Abrennwahrung ist dem verloren. Eine unserer Einheiten ist in den mitgeradenen Rang aufgestanden. Die Gegner schallt, dass wir uns die Schmerzen vermehren sich. Weil wir nämlich da relativ viel wegnehmen können. Ich kämpfe gegen die Russen halt, ne? Ich bin ein Gegner in Sicht. Unter Franksbeschuss. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen Rang aufgestiegen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen Rang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen Rang aufgestiegen. Wir sind in den Veteranen Rang aufgestiegen. Ich höre! Grimbad wird beschaffen! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Wir haben mich nicht gestiegen! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen Rang aufgestiegen. Unter Feindbeschuss! So. Schönen. Wir sind eine feindliche Einheit. Endlich ist die Lebe, die sie jetzt in den Veteranen Rang aufgestiegen. Unter Beschuss! Dann braucht es nicht. Dann braucht es nicht. Sie ist in den Veteranen Rang aufgestiegen. Jetzt ist es nicht. Ich bin jetzt in den Veteranen Rang aufgestiegen. Eine unserer troops ist gefahren. Wir werden uns aufgeschrieben. Wir werden ihn erst erklären. Eine unserer troops ist gefahren. Die Skelette werden angefordert. Ich werde die Feinde sechs in ihn suchen. Ja, ich werde sie zufrieden. Wir kommen euch zur Hilfe! So. Noch nichts, noch nichts. Immer Stück für Stück warten. Blütenkarten. Wir kommen euch zur Hilfe! Wir haben alles getan, seit der uns zu füllen. Wirken Sie eine Flüge! Wirken Sie eine Flüge! Eine Flüge ist gefallen. Okay, dann. Die Eisenhands Exoskelette werden angefordert. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrand ausgestürzt. So. Sie wird besser sein als je zuvor. Die Eisenhands Exoskelette werden nicht jeder sehen. Sie wird noch nie. Was ist denn da? Hier hin. Schauen wir mal. Eine unserer Einheiten, liebe schnelle Quellen. Wir haben aufgestiegen. Ein unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. So. Das ist ziemlich übel los! Der Freund greift mich an! Feindkontaktiv aber nur ein, oder? Der Held ist in den Rang aufgestiegen. Seht ihr mir kein Geschmack? Sie werden versucht nur durch meine Feindsorgen zu kommen! Was ist denn hier hinten? Die besten sind, wie sie auch schluggen? Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Lass mich nicht im Stich! Liebe Scherzegner, zu Geschwiss! Ich bin hier. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Wir haben eine gegnerische Einheit. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrangen aufgeführt. Wir haben den Einsatz bereit. Weichen Verschluss! Aber schön, dass sie so weit schießen können. Aber ich habe echt Angst, dass ich jetzt, wenn ich dann so 3 gegen 3 mache, wie unflüssig das laufen wird. Du in Hilde löst perfekt! Maschinen auf voller Leistung! Gericht Kempfell sagt so nötiger Ingenieur, du hast einzelner Gegner. Feind im offenen Gelände! Feindliche Arbeit gesichtet! Feindliche Arbeit! Ich habe mich hier geschaffen! Wir fallen hier noch ein Ausfüchtern, wenn ich die Erde selbst und weben bringe. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrangen aufgestiegen. Eine unserer Veteranen Einheiten ist in den Elite-Rangen aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrangen aufgestiegen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Überquirlig, ein Satz-Ginny nicht! Pioniere unter Beschuss! Eine unserer Trupps ist gefallen. Versucht nur durch meine Panzerung zu kommen! Feindliche Einheit ausgemacht. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Wir können alles reparieren. Erkündig, ein Neid ist in den Wettbewerben. Ja, man sollte doch meinen, wir könnten Mörser bauen, die von allein laufen! Ja, könnte man, ne? Die Pulinia haben es hinbekommen. Was ist das, was ist das? Nein, da hat nichts, da hat nichts, da hat nichts. So. Oh ja, da flackte ich. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Feindliche Einheit ausgemacht. So, Moton, die Stichworte kommen wieder. Ich bin überlegen, ob ich noch mal vier Erkele riecht. Das wird, das wird, ja, wir schauen. Feindliche Einheit ausgemacht. Die Stiefmutter kommt jetzt. Die Stiefmutter meldet sich zum Dienst. Sie sind alle noch untergeschickt. Du kannst. Bewegung, Mädchen! Wir müssen Ihren überhaupt einer Beinheit verlangen. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Hilfe. Das Maschinengewützig ist immer noch da. He. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen-Rang aufgestiegen. Einer unserer Beferradeneinheiten ist in den Eliteraden aufgestiegen. Wachen wir nochmal zwei Artillerie. Werkstatt hier. Ne, drei müssen wir reichen. Erkennig einsatz genehmigt. So. Wir haben die feindliche Einheit ausgemacht. Das Schlimme bei der Kampagne wird's sein. Äh. Das ist taktisches Denken. Das wird das Problem werden. Na ja, ihr habt nämlich gar keine, wie das alles anstellen soll. Hehehe. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenranden aufgestiegen. Mehrere Feinde ausgemacht. Sie sind besiegt und vergessen. Feindverschuss. Das ist nicht Feindverschuss, das ist halt nicht geil. Können Sie in Stücke reißen? Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Lichtenranden aufgestiegen. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Oh, ich bin ja weg, ich bin ja losgemacht. Wir warten noch kurz ein bisschen. Es ist noch ein bisschen wohnt. Wir ziehen sich jetzt zurück. Feindliche Einheit ausgemacht. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Feindliche Einheit ausgemacht. Wir reparieren die auch kurz kurz ran? Ja doch, das ist möglich. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Kaiser meldet Feindkontakt da drüben. Ein einzelner Gegend. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Mit Wohlbehalten zurück in der Basis. Dann mal los. Mehrere Feinde ausgemacht. Druck erhalten Verstärkung. Wir arbeiten uns vor. Mehrere Feinde ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Wir haben uns von der Front zurückgeschoben. Wir haben die Panzer. Feindliche Einheit ausgemacht. Wir haben den Wasser zurückgebracht. Wir haben den Wasser zurückgebracht. Wenn man sie früh genug entdeckt, kann man mit jeder Bedrohung fertig werden. Sie schießen auf uns. Machen wir sechs in die Stadt. Wir haben die Feuer zurückgegangen. Wir werden den Wasser zurückgearbeitet. Ich bin zur Ruhmung. Feindliche Einheit ausgemacht. Mehre Feinde ausgemacht. Mehrere Feinde ausgemacht. Halt übernötige Einheit! Biss! Und was war's? Geise zur Uhrkunft wird neu eingestellt. Stiefmutter wartet auf neue Anweisungen. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Mehrere Feinde ausgemacht Feindliche Einheiten ausgemacht So, jetzt aber Maschinen auf voller Leistung Es kommt die sechsonische Macht auf uns zu Wir mussten uns mal zurückziehen, weil wir wissen wollen, ob sich das was so tut ist, aber wurscht Was passiert, was passiert Aber schauen wir vielleicht ein bisschen mehr Platz, dass wir dann da vielleicht leichter durchkommen, relativ schnell Feindliche Einheit ausgemacht Ich interesse auch nicht, ob das alles in Ordnung ist Wir sehen eine feindliche Einheit Mehrere Feinde ausgemacht Sie wollten es nicht anders Feindliche Einheit ausgemacht Wir werden beschossen Gegner hier Wir haben ein Waffensystem verloren Wir sind hier um zu tief Wir sind hier um zu tief Wir unterhalten den Beschuss Ich will sie vernichten Ein unserer Einheiten ist in die Veteranenrande aufgestiegen Feindliche Einheit ausgemacht Wir sind hier um zu tief So, jetzt greifen wir komplett an Die Mannschaft auf Schwerer Jetzt wird die Welle los Wir haben Feinde ausgemacht Ich habe den Feind im Blick Ich bin hier von der Stiefel gehabt gekommen Ich bin schon Ja gut, das ist jetzt ein bisschen hart Ja, aber wir haben zu viel einfach jetzt Was wir jetzt einfacher haben Ist es einfach wieder besser für uns Weil es nicht einfach mehr weniger ist Fertig Der ist schon tot abgetopfen, wenn man es abhast Mehrere Feinde ausgemacht Wir helfen Brunnhilde läuft perfekt Feindliche Einheiten Brunnhilde und ich rücken aus Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen So So Ich werde sie vernichten Ich werde sie vernichten Feindliche Einheiten ausgemacht Feindliche Einheiten ausgemacht Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen Feindliche Einheiten ausgemacht Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren Wir können alles reparieren Votan Kampfmeck wird bei Feindbeschuss Feindliche Einheiten gesichtet Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren Wir werden die Einheiten ausgemacht Feindlichkeit Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen Alarm treten! Mehrere Feinde ausgemacht! Einer unserer Trupps ist gefallen! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren! Wir sind in Höhen! Ich bin nicht bereit für die Einheit! Kürze ein! Ein Held ist einen Rang aufgestiegen! Das ist ein Rang aufgestiegen! Das ist ein Rang aufgestiegen! Das ist ein Rang! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren! Brauchen Sie eine Panzereinheit? Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen! So! Das wird weh wieder! Ja, 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 ja! Noch hier! Das ist ein Rang aufgestiegen! Unser Feindbeschuss! Wir können alles reparieren! Wir können alles reparieren! Das ist ein Rang aufgestiegen! Wir sind in den Tempel! Wir sind in den Tieren! Wir sind in den Tieren! Halt für die Macht! So. TAKStadt hier! Bereit für einen Feldversuch! 100 Tonnen Eisen auf dem Weg! Klierer, Faltkontakte hier! Oh, 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 oh. Ah, wir sind schon so weit. Fast. Fast. Eine außer Metaranen-Einheiten ist in den Elite-Raten aufgestiegen. Im Urteil, noch nicht was! Die Flüßbach müssen selber aufpassen, nur hat die Flüßbüten kommen können jetzt. Die Flüßbüten! Anfeiniges Panzer der Einheiten, natürlich die Erde selbst. Wir können alles reparieren. Vor Tanken haben wir mit Flüßbüten angesteckt. Ich habe den Falt im Blick. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. TAKStadt hier! Kliegner haben wir auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Vorgang abgebrochen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Wurte an Kampfmächtig bei der Halt gestellt. Tarek. Kaisern haben wir auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Ah, gut. Wir sind auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Kaisern haben wir mit Flüßbüten angesteckt. Wir sind auf den Weg zum Wiener Halt. Wir sind auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Wir sind auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Wir sind auf den Weg zum Wiener Halt gestellt. Kaisern haben wir mit Flüßbüten angesteckt. Kaisern haben wir mit Flüßbüten angesteckt. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Durchhalten, Brunnhilde. Brunnhilde und ich rücken aus. So. Schwennen, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Sie werden besser sein als je zuvor. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Dann sucht nun, weil die Waffenbrüder verliebt. Oh, Hanna hat geschossen. Das ist super. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ich bin hier, Waffenbrüder. Ziel in Sicht. Brauchen Sie eine Patzeeinheit? Mehrere Feinde aufnehmen. Geschafft. Feindliche Einheit ausgemacht. Der Kipfel sagt schon, ich will zu lösen. Du musst nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ach, herrlich. Ich bin hier. Nein, ausgemacht. Mach ich die Pröge ein bisschen länger. Ja. Mega Feindkontakt hier. Ich gebe den nochmal. Wir haben uns jetzt gefangen. Drunter Feinderschuss. ...und 15 Minuten Zeit. Das ist so lange kommt, dass ich das Eingriff bereise. Dauernd. Kann man durchschubigen bis heute. Nein, wir machen das was anderes. Ich lasse das mal jetzt da weiterlaufen. Aber bei euch ist nur gleich eine Unterbrechung von einem Tag. Und ja, im nächsten Fall geht es einfach weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.